Das sind Anime-Fans von den Anime-Autos, die March Marmots. Check, eins, zwei, eins, zwei, check, check, eins, zwei, eins, zwei, check, check. Klapp! So, darf ich dich aber fragen? Jawohl! Bist du ein richtig guter Gamer? Ich? Ich game sehr gerne, jawohl. Okay, was gammest du gerne? Elden Ring bin ich am durchzocken. Sehr gut. Dark Souls-Fan war immer viel auch League of Legends. League of Legends, welcher Rank bist? Iron-A ist irgendetwas. Muss man gut sein im Gamer zum Militär sein? Nein, definitiv nicht. Man muss sich vielleicht mit den Cyberspetzen ein wenig mit dem Computer auskennen. Aber sonst nicht gross, nein. Darf man das ausstrahlen auf eSports.ch? Ja, natürlich. Das ist gut, super. Wie haben wir geknackt? Nein, genau. Wen haben wir geknackt? Zwei und drei. Zwei und drei? Zwischen eins und drei habe ich geschrieben. Zwischen drei. Es wäre nicht schlecht, wenn es knapp vor der drei wird. Gut, wieso? Ja, weil ich gerade einen abrufe. Es wäre ein Fußballer. Ah, ja, ja. Dann haben die Jungs und Mädels von eSports.ch noch gezockt. If only I could be so grossly incandescent. An der Fantasy haben natürlich auch eSports-Teams ihre eigenen Stände, z.B. die March Mormons. Aber die sind nicht so wichtig, weil gerade vis-à-vis hat es Anime-Autos, die wir jetzt zusammen anschauen können. Seht ihr das? Das ist auch so ein scheiss-Anime. Nein, okay, wir machen nochmal richtig und dann zu den March Mormons. Das sind Anime-Fans von den Anime-Autos, die March Mormons Manga Corporation. Hallo, was seid ihr? March Mormons. Was macht die March Mormons? Zocken. Cool. Sind wir mal ernst? Ja. Wieso habt ihr an der Fantasy Basel entstanden? Damit wir mal auch etwas haben, um den Leuten zu zeigen oder auch mal Fotos an dem Stand machen. Das wird sicher gut bei Sponsoren angekommen. Wir haben noch nicht so viele, aber wir haben in Zukunft sehr viele neue. Wie kommt es an bei den Leuten, die ihr da entstanden habt? Sind viele interessiert oder wissen gar nicht, was ihr macht? Ähm, es ist ein bisschen beides. Also gewisse, die informativ nachfragen, aber schulässig eigentlich. Wir haben viele Interessierte und wir haben jetzt extra ein bisschen auch, ich sage jetzt mal, also jetzt haben wir noch ein Smash-Turnier, aber wir haben viel einfachere Casual-Games. Ähm, ja. Wir kennen es. Fit Checker und Fantasy Basel, wie viel ist die Outfit wert? Hmm. Also kommen wir an. Jacke? 80. Okay, T-Shirt? Das ist 20. Das ist selber gemacht, gekauft, ich würde sagen, alles in allem. Abgesehen vom Schwert, da gönnen wir etwa 150 Sturz. Dürfen wir das auf eSports.ch ausspielen auf unserem Social-Kanal? Ja, von mir auch so. Und das war die Fantasy Basel. Stark! 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 Bis zum nächsten Mal.